Schon mal vegane Snickers gegessen? Über 100 tolle vegane Rezepte zum Anschauen und Nachkochen. Zum Beispiel Käsekuchen, Lasagne und Mousse au Chocolat. Jetzt Kochs Vegan gratis abonnieren und jede Woche neue vegane Ideen entdecken. Ein sympathischer Koch lässt eure Wünsche wahr werden. Es gab wieder eine schöne Rezeptidee. Heute gibt es wieder einen schönen Wunsch. Drei Zutaten gewünscht und zwar Kürbis, Kartoffeln und Pilze. Neugierig geworden? Dann schaut mal ins Kochs Vegan Videokochbuch ein. Ich freue mich auf euch.